Ah, die Letten haben auch Drip, aber die Kroketten... Ach ja, wahrscheinlich Kroketten... Kro... Krox... Die Kroketten... Ich glaub, ich hab ne neue Schumacher-Freunde, sei wo es ist. Oh, mal Kroketten auf den Markt bringen, halt. Meine Ziele waren, kein Alkohol dieses Jahr trinken, gesünder ernähren und Schlafrhythmus fixen. Und in dem Fitnessstudio anmelden. Wir haben jetzt einen Monat später und nur seit 28, ist dicht im Fitnessstudio angemeldet, ist fett wie ein Stück Scheiße, frisst nur Scheiße in sich rein, Hauptsache Käse überbacken und viele Kalorien, trinkt 24-7-Hussee. Dann nächstes Ziel, Schlafrhythmus fixen, läuft auch super, 4 zu nur aufstehen und genauso gut läuft dann wahrscheinlich auch das Alkoholproblem, was wir jetzt einfach auch auflösen. Also alle Ziele in den Sand gesetzt, nach einem Monat, perfekt, genauso in die anderen. Diese Formel-1-Profi macht die Strecken wieder unsicher. Nur uns wird 28 gibt Gas. Was denn? Aua. Ja, aber die wurde getreten. Lasst mich in Frieden, ihr Schweine. Egal, wir sind in die Top 10 fast. Ein bisschen rustikal sind wir gefahren, muss ich ja zugeben. Wow, was ein Drift-Shit. Ich habe mich noch gerettet, habt ihr es gesehen? Oh nein, schon wieder gedriftet. Ah, ich stehe voll auf der Strecke. Wir gehen in die Box, Jungs, hat keinen Sinn. Aber vorher nocken wir noch einen aus. Scheiße. Du hast immer so ein Dürcher. Das geht mir jetzt aber wirklich auf den Sack hier. Ja, das meinte. Alter, verweilter. Ey, Digga, wer schiebt mich an den Kevin? Jungs, lass uns vorbei. Ah, du. 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 Ich bin schon wieder raus, Alter. Junge, Mio. Ah, du. Ah, du. Michael, Michael. Ja, Junge. No, Michael, no. Ah, du. Alter. Ey, was macht Noah da? Meine Fresse, Digga. Junge, Mio, Alter, du hast da. Ich bin gespannt. Jetzt überholt. Oh, Digga, ich komm. Ich kann nicht. Ach, Digga, Junge, Alter. Ich bin der. Oh, mein Junge. Mein, danke fürs Drehen. Ah, Junge, das ist doch nicht scheiße. Oh, Mann. Boah, Noah steht da. Oh, ich bin da. Oh, mein Junge. Ja, wie geil das aber ist. Hier rammt keiner wen raus. Also mehr oder weniger. Das so. Ja, das ist so. Oh, klar. Oh, klar. Oh, perfekt. Ich bin draußen, ich bin draußen. Wer hat mich hier gedreht? Was ist denn hier los? Boah! Boah! Die Scheiße! Du musst, ich muss vorbei. Oh doch nicht. Hallo, hallo! Ich bin 14. Boah! Was gibt es da nicht? Junge, was machst du? Fisch, Digga! Junge, was machst du, Digga, Alter? Der hat... Boah, jetzt gehst du ein paar, Digga. Der hat mich da vor mir. Yo! Einfach kurz abgehoben. Junge, was willst du von mir? 1928 Ferrari stärker als dieser Scheißwagen! Rums! Paz! Und nochmal rein! Jawoll! Junge, Noah, Digga. Noah, schießt welche ab, irgendwie doll. Junge, Alter. Noah sagt selber schön und fair, Digga. Bruder, das war so ehrenlos. Dreimal reingedollert in die Wande und dann ist er weg. So, jetzt erstmal genug Formel 1 rein in FIFA. Das letzte Pack kann es und muss es noch richten. Weil das, was wir bisher gezogen haben, war ein ganz großer Skandal. Jumbo-Selten-Spieler-Pack. 24 selten. Abfahrt! Das kann nicht sein. Neymar! Let's go! Wichtig! Oh, wie sieht die Musik aus? Was hab ich getan? Neymar hat die Musik kaputt gemacht. Ich find's gut! Ich find's gut! Lipp mal mit! Schmecke nicht schmecks! Stößchen! Den kann man mal einwechseln! Ist gut! Ist gut! Drei brasilianische Stürmer, wieso nicht? Schmeckt! Desai! Du hast ja grad schon Tor geschossen, was... Ja, was ist mit dem Typen los? Der Schiedsrichter! Sag mal, das ist rot! Ich baller den jetzt mit Ausriss ins rechte Eck. Boah! Verdichte! GFB! Das ist es, mein Nester! Der rechte! Sie! Banz, Junge! Hohoho! GFB, Junge! Huckt euch Werder an! Werder! Huckt euch Werder an, Freunde! Bing bong! Let's go! Was willst du von mir? Verpies dich! Komm mir nicht so nah! Corona! 1,50 Meter Abstand, du Penner! Sieh zu, dass er alleine zieht! Was ist hier los? Hallo! Hey! Nein! Boah! Oh, bitte nicht! Ich, ich, ich bitte nicht! Meine Fresse, ey! Okay! Hey, Digga! Ist das so anders? Es geht weiter! Was? Bruder! Ja, ja! Die spielen in Real! 12 Sekunden später! Ach so! In Madrid! Natürlich! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich spielen die in Real einfach! Einmal hin, alles drin! Was? Einmal hin, alles drin! Noah will Packs von Zuschauer ziehen! Was stattdessen passiert! Was ist das denn, Junge? Ach! Du heiliger Scheiße! Junge, was soll die Scheiße! Meine Fresse! Was machst du da? Das ist weder ein Iconpack noch der scheiß 85 x 10 Upgrade-Fack-Explosions-Ding! Also, was schepperts denn eigentlich? Das ist so ein... Ach, Digga! Ehrlich! Nicht lustig! Gar nicht witzig, Chat! Junge, jetzt spiel ich hier Minecraft oder was? Was will der denn von mir? Junge, Junge, Junge! Hört doch auf mich in Minecraft einzuladen! Ich bin ein Huhn! Auch nicht mehr ganz dicht! Wie sind das hier? Scheiße! Das ist es! Was ist denn das hier oben? Was ist es? Das ist es! Einfach Pyramiden im Kopf! Pyramiden 28! Das ist dicht oder was? So, jetzt hole ich mir den Jungen! Der arme wird ein Fürst! Der rennt auf dem Polizeipräsidium! Hoppala! Nein! Ich will hier auch! Nein! Hoch! Oh Bruder! Jetzt war es vorbei! Okay, okay, okay! Jetzt hast du mich gefickt! Ich hab mich richtig erschrocken! Ich hab' mich richtig erschrocken! Ich hab' mein Herz stehen geblieben für eine Sekunde! Hilfe! Alter, das war echt nicht lustig! Ich hab' mein Herz. Du дела auch wirklich vier! yn